Wow, es hat jetzt gerade ein bisschen gerückelt. Was? Scheisse! Haha, shit! Ähm, was war die Tasten zum K.O. legen? Was zum Teufel ist das? Ja, fail. Lauf nur, Arschloch! Mach's gut, Henna! Ganz auf Hölle, es ist los! Ach, ich hab das ja in der Quickleiste. Tag auf Wiedersehen! Oh Gott. Oh Gott. Ah. Woah! Ah! Okay, jetzt geht's mit mir. Oh Gott! Oh Gott! Ja! Oh Gott! Weglaufen ist wecklos! Ja, soviel dazu, dass ich eigentlich hier hätte durchschleifen müssen, ja? Die sind jetzt aber nicht alle schon hinter mir her, oder? So, ok, also jetzt sind sie wieder alarmiert. Ja, ich glaube eleganter kann man es nicht machen. Ruhig, er fliehen, aber falls er wiederkommt, sind wir bereit? Hm, ja. Wo muss ich denn hin? Na toll, sieht so aus, als müsste ich dort durch. Das wird immer besser. Wow, ich glaube, sie sind endlich nicht mehr alarmiert. Aber ich glaube, ich habe trotzdem einige Schwierigkeiten, wenn ich hier ohne Aufsehen zu erregnen irgendwas was er da hin will. Was ist das? 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 Nein! Nein! Da waren doch nur noch zwei! Fuck ey! Ja, ist ja klar. Bitte nachdenken! Ist bestimmt abgehauen, aber such trotzdem weiter! Hat ihn einer von euch? Er rennt halt zu seiner Mama! Ich hab nicht! Hier bitte warten! Ruhig! Er fließt! Überfallt er wieder! Ich hab ein Geruch! Oh ne! Ich wusste, ich hab's mir nicht eingebildet! Dranbleiben! Ich hab ihn nicht! Ich hab ihn nicht! Wie gesagt! Ja, ich hab ihn nicht! Ich hab ihn nicht! Ich hab ihn nicht! Das war alles! Das war's für heute. Kein Problem damit, diese ganze verdammte Banda hier auszurotten. Ah, da. Der hat nur auf mich gewartet. Uff. Der hat nur auf mich gewartet. Der hat nur auf mich gewartet. Oh, 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 oh. Ja, ja. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich finde ja toll, dass alles ab dem Moment startet, wo sie feindselig auf mich sind. Ja, ja. Alles in Ordnung. Das war's. Er ist nicht hier. Aber das heißt nicht. Das macht nur den Eindruck, als ob ich gerade tief in der Scheisse sitzen würde. In Wirklichkeit habe ich alles hingekriegt. Wir haben verdammt lange gewartet. Und dann habe ich gedacht, okay, die schiessen nicht durch die Scheibe. Und dann habe ich mich gejaut. Aber... The fuck? Man könnte mich jetzt fragen, warum ich mir das Leben so schwer mache. Und ich hätte keine Antwort darauf. Egal. Ein Versuch gönne ich mir ab und sonst ist mir jetzt auch egal. Oh, nein. Findet ihn mir. Wie. Was ist das Leben? Wür ich nicht holen? Mit Scheiße. Er ist nicht hier. Komm doch. Oh Mann, ey. Sind die irgendwie zu fett, um hier nach hinten zu kommen, oder wie? Oh Mann, ich soll einfach warten, bis ich einfach ein bisschen mehr HP habe. Scheiße, wo ist er hin? Oh Mann, ich soll auch ein bisschen mehr rein. Okay. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gut aus. Und das Zwischenspeichern gefällt mir hier gerade auch. Oh ja! Was war denn jetzt? Wie kann man dem sagen? Lustig. Ah, jetzt bin ich hinter ihnen. Habt ihr das gehört? Jo, er ist schnell, Mann! Ja, ich bin hinter ihnen. Ja, ich bin hinter ihnen. Ah, jetzt trage ich so viel Müll mit mir rum. Ja, ich bin hinter ihnen. Ja, okay. Egal. Geht auch so weiter. Ich nehme mal an, hier hätte ich... Ach nee, eigentlich wollte ich sagen, hier hätte ich von der anderen Seite kommen können, aber anscheinend muss ich wieder hier hoch. Da... Und ich frage mich noch nur, und ich frage mich noch nur, so, was das ist. Und ich frage mich noch, was das ist, was das ist. Komm ich irgendwann mal dorthin, wo ich auch muss? Okay, kurze Pause. Und ich frage mich noch, was das ist.